Herzlich Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute ein Spiel, auf dem ich in Rivals getroffen bin. Der Gegner ist ein Bundesligaspieler, werdet ihr auf jeden Fall jetzt sein Team sehen. Und ja, zeige ich euch auf jeden Fall die Highlights von dem Spiel. Ihr seht schon mal, sein Team ist sehr, sehr lecker. Spielt auf jeden Fall bei Regensburg, ja, in der zweiten Bundesliga. Sehr, sehr gutes Team mit Ronaldo Totti und auch noch Marcelo und Kante Totti. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Team, was er da hat. Ist auch gar nicht so viel in dem Spiel passiert, aber zeige ich euch natürlich, Freunde. Wie gesagt, es wird auch gar nicht so lang gehen. Wenn es euch natürlich gefällt, Freunde, sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben. Und natürlich abonnieren, wenn ihr neu seid. Ihr seht auch, hier können wir mit Ronaldo mit 1 zu 0 in Führung gehen. Und ihr seht, schon 24. Minute ist eigentlich fast gar nichts passiert. Aber ja, wir werden jetzt schon noch ein paar Szenen da sehen. Nächste Chance müsste der Gegner haben. Ja, seht ihr hier, sein Ronaldo Totti, der war einfach unfassbar, dieser Ronaldo Totti. Da hat man nochmal den Unterschied einfach gespürt. Direkt macht er den Ausgleichstreffer. Aber ja, danach hat er natürlich sehr, sehr gedrückt. Weil er hat sehr, sehr gut gespielt, muss man auch sagen. Also war ein sehr, sehr guter Spieler, wenn er selber gespielt hat. Hier dachte ich eigentlich, kann ich mit Maldini abfangen. Habe ich nicht so gut gemacht. Hat er dann halt natürlich gut ausgenutzt. Geht er mit 2 zu 1 in Führung hier. Keine Ahnung. Ich meine, Alessandro rückt hier wieder in die Mitte. Warum der nicht außen bleibt, das habe ich immer, dass meine Außenverteidiger nach innen rücken. Aber ja, geht trotzdem in Ordnung, dass er führt. War besser. Und ja, hat halt mehr fürs Spiel gemacht. Wir hatten hier halt Chancen, haben die halt nicht genutzt. Aber er hatte schon mehr vom Spiel. Geht schon in Ordnung, dass er hier gewinnt. Ihr seht es hier. Also der hat echt gut gespielt, muss man sagen. Geht in Ordnung. So 3 zu 1 geht klar. Bin ich zufrieden. Ist okay. Klar, ohne Tisch. So das letzte Tor war ein bisschen bitter. Aber ja, muss man mit leben. Ist okay. Wie gesagt, er hat auf jeden Fall gut gespielt. Und seine Karte war auf jeden Fall physisch so stark. Also ich glaube, ihr werdet am Ende sehen, wie viel Zweikampf ich gegen den geführt habe. Ich habe jeden Zweikampf gegen seinen Spieler verloren. Und er hatte auch viele Schüsse mit seinem Spieler probiert. Die habe ich gar nicht alle mit reingeschnitten. Da werdet ihr gleich noch sehen, wie er heißt genau. Aber ja, Freunde. Da haben wir auf jeden Fall einen Profi getroffen. Hier heißt er irgendwas mit Sörensen. Heißt er, werdet ihr hier sehen. Ja, und so Schüsse wie er hier mit seinem Spieler versucht hat, hat er bestimmt 5-6 Mal versucht. Die habe ich jetzt nicht alle mit reingeschnitten. Aber habt ihr jetzt hier einen gesehen. Ich denke, es geht klar. Ihr seht, dass das Sieg vollkommen in Ordnung geht für ihn. Ich denke, es hat euch mit dem Video gefallen, Freunde. Wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen rum. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde.